Willkommen zurück zu einer neuen Folge Observer. So, wir haben jetzt komplett Zugriff zu dem Gebäude und ja 104 und 106 müssen wir gehen. Okay. Ah, so geht das auf. Ihr habt das gehört, oder? Da oben läuft jemand rum. Äh, low power. Warum? Kabel, Kabel, Kabel? Damit kann ich nichts machen. Ins, was? Maintenance, Level 1, Locked. Keine Ahnung, was das hier alles soll. Boah, diese Schritte da oben, die machen mich körre. Ganz schnell raus hier. So, wir können aber jetzt hier die Treppen hoch. Geht's hier hinten? Tatsache, hier hinten geht's runter. Äh... B-Flur? Alles klar. Ne, wir lassen dich mal offen. Boah, das ist gruselig hier unten. Ich glaub, den Keller heben wir uns für später auf. Boah. Boah. Der sieht ein bisschen aus wie, äh, äh, Adolf, aber... Dazu möchte ich hier nichts weiter erzählen. Äh, äh, erzählen. So, 104 und 106. Äh... Hallo? 106 wäre ich hier. Okay. Geht aber hier weiter. So, die 106. Das ist die 110. Was? Dann, Lezarski, KPD. Routine questioning. Daddy, who is it? Can he make the door open? Where can we go out, Daddy? What? Go to your room, kids. Go play Runaway Galaxy. Let me talk to the man. Hello, officer. I'm Thaddeus Karski, head of the family. How can I help you? Äh, ja. Okay. Du hast eine Familie? Die Kinder? Oh, nein. Wir sind gut. Ich freue mich, dass ich deine Gefahr. Du klingst sehr komisch. Du bist nicht überrascht? Du bist nicht über eine Potenziale Angriffe? Oh, das tut uns nicht, officer. Natürlich hoffe ich, dass das nicht passiert. Für den Grund der anderen Tenente. Was meinst du? Das tut uns nicht? Wir sind alle von Korruption. Wir sind alle frei von Verfälschung. Wir sind alle frei von Verfälschung. Du bist immaculat. Kinder der immaculaten Erde, ja. Du hast uns gehört. Oh, gute Dinge, ich hoffe. Okay. Unbefle... LOL! Der Mutter und die Vater sind noch Jungfrau. Und die Kinder auch, aber wie äh? Dann können sie die ja nur adoptiert haben. Nein. Ich verstehe. Du hast eine Fälle an unsere Weg zu Leben, Officer Lazarski? Nein, aber es muss sich schwer auf die ganze Familie sein. Keinem gesagt, dass Leben einfach einfach wäre. Hm. Wo ist mein... Da ist mein Punkt. Ich muss sagen, keine Mods von jedem Kind. Das ist ziemlich ein Statement. Ach, ah! Das sind 100% Menschen. Das heißt unbefleckt. Ich dachte schon, sonst was. Ich bin ein Mann von Implanten. Aber ich kann es nicht tun, was ich tun, ohne sie. Ja, du sie mit dir. Es war nicht wirklich eine Wahl. Du weißt? Oh, aber es war klar. Der Welt wäre ein besseres Ort, wenn mehr Leute das wissen. Ja. Ich glaube, du bist richtig. Vielleicht sind wir das, was wir machen. Wir machen uns selbst. Ich wünsche mir nicht, dass ich von Tern gesprochen habe, aber unsere Kirche hat eine Unterstützunggruppe für die Penitenten Unclean. Vielleicht, du möchtest, dass du eine Besuchung möchtest? Äh... Zeigen Jehovas! Danke für mich. Ja. Ja. Na, wenn du über den Namen gehst, wirst du da eine Menge Liebe finden. Okay. Okay. Wenn du so sagst, Herr Karski. Gottfriede, Officer Lazarski. Okay. Äh... Ja. Oh, das ist wieder so eine Karte. So, und jetzt meine Frage. Warum enden alle mit den drei Endbuchstaben Ski? Hat das irgendeine Bedeutung? Ich bin ja. Vad ist es? Ich bin ja... Ich bin ja. Nein, weiss ich nicht. Boah... What the fuck? Wow. Alter, was ist das? Oh, hey. Also geht's hier weiter. Die 109. Geht's dir gut? Hallo? Hallo? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Ach, hier ist eine Tür. Welche Nummer? 108. 108. 107. 106. 106. 107. 106. 118. 108. 109. 109. 109. Nein, ich habe nicht. Kannst du deine Kompass für eine Verbindung? Niemand hat es benutzt als Proxie. Ich habe keine Kompass. Was? Keine Kompass. Ich dachte, dass jeder einen hat. Oh, du denkst du falsch. Ich habe keine Implanten von irgendwelchen. Oh, okay. Mit der ist doch irgendwas. Keine Kompass. Keine Kompass. Wenn du mir nicht interessiert, wirst du allein leben? Ja, ich bin interessiert. Und ja, ich leben allein. Keine Kompass. Keine Kompass. Du hörst mich? Ich sagte, dass es nur ich war. Oh, das ist okay. Ich bin eine Kompass. Ich bin eine Kompass. Meine Frau hat viele Jahre vorhin, in der Pläge. Okay, ist es lesbisch. Sorry to hear that. Ist das warum, dass du keine Implanten hast? Ja. Willst du die Kompass auf meinem Gesicht und Knochen sehen? Es ist ziemlich eine Kompass. Die kleinen Monster haben wirklich sich selbst ausgetauscht. Oder muss ich dir zeigen, was von meinem Arm ist? Würde das deine興趣? Frau Nader, ich mache nur meinen Job. Ah. Yes. I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away. Okay. One of them turned to me and said, precisely that. I never saw her again. Not even the body. It's like she never existed. I'm not like that. So you don't work for the corporation. The very same people who took everything I ever... Nein, ich bin Bulle. Okay, dann muss ich zur 104. Alter, ich repariert ein Gerät. Du bist sehr hilfreich. Guten Abend. Wow. So, wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann bleibt uns spannend, genießt den Tag und bye-bye.